Hallo und herzlich willkommen zur OpenDev Lucy von Humankind. Ich bin sehr froh, dass ich euch dieses Spiel zeigen kann und es ist wirklich ein tolles Spiel. Es macht vieles anders, ich möchte nicht sagen besser, aber anders erstmal als andere Spiele. Und ich möchte auch gleich sagen, es werden mit den Runden verschiedene Interface-Elemente freigeschaltet. Trotzdem möchte ich mit euch jetzt erstmal durch das Interface-Element oder durch das Interface gehen und euch das Spiel grundsätzlich ein bisschen erklären. Ja, was ist Humankind? Humankind ist ein Spiel, wo ihr die Zeitalter ähnlich wie in Civilization durchspielen könnt. Euer Empire wird nicht bestimmt in dem Fall von eurem Führer, von eurem Leader, der euch bestimmte Boni und Mali gibt, sondern es wird bestimmt von der Art und Weise, wie ihr eure Entscheidung trefft, wie ihr bestimmte Äras überschreitet, welche Kulturen ihr haben wollt, welche, ja, auch während des Spiels, ihr seht es hier in der Karte schon, Boni ihr euch am Anfang holt und viele, viele andere Dinge, die es wirklich sehr interessant machen. Das heißt also, ihr spielt nicht einen Leader, den ihr zum Beispiel im Forschungssieg, ja, gewinnen lassen wollt, sondern ihr spielt eine Kultur, ein Empire, das verschiedene Boni hat, so sich über die Zeit entwickelt und das sehen wir in den nächsten Folgen dann auf eine gewisse Art und Weise gewinnen wird. Wie das kommt, das sehen wir aber noch. Und in der linken Seite sehen wir, ich nenne sie mal die Empire-Übersicht. Ja, wir sehen hier auch, das Tutorial ist aktiviert und die Objectives ist Reach the Innocent Era. So, das heißt im Prinzip, wir müssen jetzt erstmal die nächste Ära erreichen. Urscherweise, es wäre doof, wenn unser Empire am Anfang untergeht. Und hier kriegen wir auch einen kleinen Tipp, wie wir das machen. Und wir gehen jetzt erstmal auf understood und dann zeige ich euch das mal. Wir sehen hier, Next Era Goal ist ein Stern. Das heißt, wir müssen diesen einen Stern uns holen, um in das nächste Zeitalter zu kommen. Und da sehen wir hier, was wir machen können im Prinzip, um das zu erreichen. Wir können natürlich auch hier oben drauf gehen, da sehen wir das auch, beziehungsweise da auch reinklicken. Ich gehe mal ganz schnell wieder raus, zeige ich euch gleich. Dann gibt es hier die Zivilisation, die ihr haben werdet und die im Spiel vorhanden sind. Das sehen wir auch dann gleich. Beziehungsweise im Laufe des siebenteiligen Angespiels. In der linken Seite gibt es die Influence Points. Das könnt ihr euch vorstellen, wie so ein bisschen die Kulturpunkte von Zivilisation. Dann All Military Forces ist im Prinzip, ist denke ich mal auch klar. Das ist eine Liste mit den Militäreinheiten. Ihr könnt das hier entsprechend sortieren. Naval, Land, Air. Ihr habt dann hier die Hunting Party. Das ist die Militäreinheit, die wir unten haben. Jetzt eine wichtige Änderung zur Zivilisation, die ich persönlich sehr gut finde. Eine Sache, die ich auch schon in Age of Wonders. Planetfall extrem gerne mag. Mit der Zeit könnt ihr, wir gehen mal auf die Einheit drauf, mehr in eure Einheit reinpacken. Das heißt, wir haben hier aktuell beim Stammtribe, also wir sind noch ganz früh in der Stammesära, könnt ihr hier mehr Truppen reinpacken. Entschuldigt bitte. Und ihr seht hier, was dafür gemacht werden muss. Wir müssen jetzt Nahrung sammeln, hier in diese Truppen. Wir können auch Außenposten machen, also Claim Territory. Das heißt im Prinzip, dieses Territorium zeige ich euch gleich alles für uns beanspruchen. Also eine sehr interessante Sache und während eines Krieges oder eines Kampfes könnt ihr auch diese Einheiten hier alle separat steuern. Und in der Zeit oder mit der Zeit wird sich die Anzahl der Slots hier auch erweitern, sodass sich eure Armee vergrößert. Ein sehr innovatives Spielprinzip tatsächlich, wie ich finde. Hier unten gibt es dann den runden Beenden-Button. Ich glaube, das ist auch klar. Und zwei Sachen oder beziehungsweise eine Sache, die ich, wo ich ehrlich sagen muss, noch nicht gut, aber auch nicht schlecht finde. Ein innovatives Notification-System. Das heißt, wir kriegen hier in der Liste dann Notifications. Das werden wir gleich natürlich alles sehen. Grundsätzlich ist das natürlich eine Open Dev. Und ich hoffe, dass daran noch was gemacht wird, denn das ist zum Teil auch ein bisschen störend, diese Notifications. Ansonsten gibt es hier das Overlay und das Hacks. Ich lasse das für euch mal an, damit ihr sehen könnt, auf welchen Feldern welche Ressourcen sind. Und für mich natürlich auch. Pop-Ups gibt es dann auch noch. Und das war es eigentlich schon großartig, das, was es zu dem Spiel zu sagen gibt. Gut. Wir zoomen mal raus, dann sehen wir das vielleicht ein bisschen besser. Ja, so. Es gibt hier Territorien und diese Territorien müsst ihr einnehmen. In einem Territorium steht eine Stadt und die Stadt kann sich im Territorium ausweiten. mit über die Jahrhunderte, Jahrtausende gesehen, mit Stadterweiterungen und neuen Bereichen, neuen Bezirken. Die werden dann hier auf die Hexfelder gebaut. Ihr müsst Ressourcen einnehmen und, und, und. Da gibt es also unheimlich viele Dinge, die ihr machen müsst. Entschuldigt bitte. Und ihr könnt Territorien einnehmen, da gehen wir mal wieder auf unsere Einheit, indem ihr ein Claim Territory, also ein Außenposten baut. Und das wollen wir direkt mal in dieser Runde, bevor wir uns bewegen, machen. Ihr braucht dazu nämlich Bewegungspunkte, die seht ihr hier. Klassisch ein Bewegungspunkt. Und wenn ihr hier rüber geht, dann seht ihr zum Beispiel auch Base Movement Kost 1. Wenn wir zum Beispiel hier drauf gehen, würde man sehen Base Movement Kost 4, weil, wir gehen mal dichter ran, die Karte ist schon, guckt euch das, eines wirklichen Augenschmaus, wie man hier hoch geht und dann hier oben auf diesem Außenposten steht und runter steht. Das ist, guckt, das ist wirklich schön. Hinterher beim Kampf kann das auch enorme Vorteile haben, wenn ihr einen Bogenschützen zum Beispiel habt, in eurer Armee. Dann könnt ihr den sehr gut hier oben platzieren und dann von hier aus einen taktischen Vorteil erlang. Also wirklich auch da viele, viele Variationsmöglichkeiten und nicht einfach nur stumpf hinstellen und draufhauen, wie bei anderen Strategiespielen. So, das Tribe Panel. Your tribe is the core of your empire in order to increase population. You must increase its number of units. Das heißt, wir müssen hier mehr Einheiten reinbekommen und das machen wir mit Essen. Wir müssen, ihr steht hier, erkunden, um Essen zu finden. Wir machen die Nachricht mal weg. Und das können wir zum Beispiel mit Kuriositäten. Und wir könnten jetzt mit unserer Stammeseinheit hier hingehen. Wir sehen, dieses Symbol bringt uns Knowledge Stars. Das sind die hier oben. Wir sehen auch hier im Prinzip die Sachen. Das können wir gleich mal machen. Wichtiger sind aber vor allen Dingen die Sachen hier. Das sind Nahrungsmittel-Kuriositäten. Das heißt, wir also einfach Dinge, da können wir hingehen und dann kriegen wir Nahrung für unsere Truppe. Das ist natürlich wichtig. Und das auch. Wir gucken uns das gleich nochmal an, wenn wir hier in das Empire-Bildschirm gehen. Und hier steht ganz klar, um diese Kuriosität zu bekommen, müsst ihr mit der Einheit draufgehen. Grundsätzlich fangt ihr in der ganz frühen, in der Steinzeit an. Ihr habt nichts. Ihr könnt nicht forschen. Ihr könnt noch nichts machen. Ihr müsst im Prinzip erstmal in das nächste Zeitalter gehen, wo ihr zivilisiert seid. Wo ihr, denkt zum Beispiel an das Spiel, die Sumera, die ersten Städte baut. Ja, da müsst ihr erstmal hinkommen. Das ist jetzt erstmal eure Aufgabe und dann gucken wir mal, was passiert. Also, als erstes würde ich tatsächlich sagen, bauen wir einen Außenposten, Claim Territory. Und wir können das... Okay, wir können es noch nicht machen. Ihr seht es. Cannot be done without 5 Influence Points. Das ist gut. Das heißt, ich kann euch den Rest mal zeigen. Nämlich das hier oben. Da gehen wir jetzt mal rauf, bevor wir die Einheit ziehen. Ihr seht hier erstmal euch als Leute, als Personen. Und ihr seht hier die sogenannten Fame Points. Am Ende des Tages sind diese Fame Points die Punkte, die ihr braucht, um das Spiel zu gewinnen. Der, der am meisten hat, hat gewonnen. Ihr seht auch hier Earning Stars to earn Fame Points and win the game. Das heißt, wir müssen diese Stars, ich nenne sie mal ernten, um das Spiel zu gewinnen. So. Jetzt seht ihr, ihr habt hier jetzt drei Ziele. Zum einen Grow Stars mit 5 Populations. Das heißt, ihr müsst 5 Leute haben. Dazu zählen Einheiten und Leute in Städten. Das heißt, eine Stadt mit vielleicht 1, 2 Units und dann die Einheiten dazu wären 5. Dann kriegt ihr 1 Stern. Mit diesem Stern könnt ihr dann entsprechend Next Era Goal 1 Stern gewinnen. Dann die Knowledge Stars. Wir müssen diese 10 Knowledge Punkte haben. Dann würden wir auch 1 Stern bekommen. Und Hunting. Wir sollen im Prinzip 3 Tiere töten. Dann würden wir auch 1 Stern bekommen. Und das würde uns in das nächste Zeitalter bringen. Und das hier, das gucken wir uns dann ein anderes Mal an in den nächsten Folgen. So. Was machen wir jetzt als allererstes? Auch hier ganz klassisch. Wir gehen auf die Einheit. Und dann könnt ihr diese Einheit hier ziehen. Mit der rechten Maustaste. In dem Fall seht ihr hier, wo ihr überall hinkommt. Und jetzt ist die Frage, erst Wachstum oder hier hin. Ich persönlich würde erstmal auf Wachstum gehen. Your tribe has found a curiosity. Und in dem Fall Wildberries. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt hier 5 Nahrungsmittel bekommen. Und wir brauchen noch 15. Und dann bekommen wir eine weitere Einheit. Bei der Einheit sehen wir hier, es ist disorganized but still effective. Also es ist einfach nur eine Ansammlung an Menschen, die eine Keule bekommen haben. Nomaden, Stämme. Und wir haben aktuell 14 Stärke, 4 Movement und 100 Kampfstärke. Das seht ihr in dem Bild. So. Dann können wir eigentlich noch ein Feld setzen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Richtung. Okay. Das war die erste Runde. Dann gehen wir mal in die nächste Runde. So. Das machen wir mal wieder aus. Und dann haben wir immer noch 0 Influence Points. Das heißt, wir gehen jetzt hier hinten hin und gucken mal, was es da gibt. Beziehungsweise. Ah, das. Ne. Wir gehen mal hier hinten hin und schauen mal, was wir da finden. Das heißt, da wollen wir hin. Okay. Alles klar. Nächste Runde. So. Jetzt. Ich weiß nicht, ob wir das hier sehen. Ne. Da sehen wir das nicht. Okay. Dann gehen wir erst mal auf die Punkte. Sehr schön. You have discovered something valuable. Find the scarcity increasing your knowledge. Das heißt, wir haben jetzt zwei von diesen Knowledge Punkten bekommen. Wir haben jetzt einfach irgendeine Kuriosität gefunden. Wir sind da lang gegangen, haben irgendwas gefunden, haben das erkundet. Und wir haben jetzt einfach zweimal diese Knowledge Punkte bekommen, die wir einfach bräuchten. Und das hat uns auch 15 Einfluss gebracht. Das ist ganz gut, denn wir können jetzt unseren ersten, unser erstes Territorium bauen und claimen. Und jetzt seht ihr, wie ich gehe mal ein bisschen raus. Das heißt, je nachdem, wo wir das bauen, wird ein Territorium für uns beansprucht. Und je nachdem, wo ihr das baut, seht ihr, dass das eine gewisse Anzahl an Runden braucht. Und ihr seht darüber auch, was es euch bringt. Ihr seht, dieses Territorium würde euch 11 Nahrung und 6 Produktion bringen, 3 Wissenschaft. Das würde euch 9 Produktion bringen. Hier hätten wir schon 11 Produktionen und 3 Wissenschaft. Allerdings nur 9 Nahrung. Finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht, das hier hinzusetzen, weil wir dann mit der Produktion am Anfang sehr hoch gehen. Ich kann das leider mit der Maus nicht zeigen. Das Ganze. Das heißt, wir können nochmal gucken, was es hier gibt. Das ist ja eher so Wüste. Nee, ich finde tatsächlich, das fällt hier ziemlich gut. Wir nehmen das hier und werden da jetzt unseren Außenposten bauen. Und ihr seht, wie wir jetzt hier um die Stadt herum die ersten Felder angelegt haben. Und ich mache die beiden Sachen mal aus, damit wir das mal genießen können. Und wir sehen jetzt auch, was unsere Stadt alles hat. Das heißt, diese Felder hier rum werden von unserer Stadt im direkten Einfluss jetzt benutzt. Auch hier oben zum Beispiel diese Felder. Und hier kommt jetzt im direkten Umkreis die Nahrung und die Produktion und so weiter her. Auch die Wissenschaft natürlich. Was uns durchaus einen großen Vorteil bringen kann. So, er kann jetzt in der nächsten Runde weiter. Er verbraucht alle seine Bewegungspunkte dafür. Das ist auch wichtig. Und hier unten wäre zum Beispiel ein Tier. Das können wir mal hin. Da können wir mal hingehen und das mal jagen. Und da kann ich euch das Kampfsystem zeigen. So, jetzt sehen wir hier, der Außenposten wird kreiert. Das dauert jetzt noch ein paar Runden. 11 produzieren wir pro Runde. 35 wird gebraucht. Das ist, denke ich, wie in vielen Spielen üblich. Nächste Runde. Jetzt sehen wir hier unten die Notification. Sie könnten wir jetzt aufklappen. Und jetzt sehen wir diese Notification. Die ist cool. Aber dieses große Pop-Up stört manchmal. Und wir sehen hier oben, seht ihr das? Hier hat gerade einer das gleiche gemacht wie wir. Ein Territorium sich geholt. Sehr schön. So, Population Gain, More People, More Power. Outpost. Okay, wir sehen es auch hier oben. Wir haben jetzt zwei von fünf. Das ist doch ganz gut. Perfekt. Dann sind wir jetzt wieder mit in der Runde mit ihm uns zu bewegen. Und in Anbetracht dessen, dass hier oben einer ist, würde ich gerne nach hier gehen. Und dieses Territorium ebenfalls für uns beanspruchen. Ah, jetzt seht ihr schon hier oben. Da kommen die nächsten Nomaden. Wir könnten da jetzt kämpfen. Macht aber echt keinen Sinn. Und die haben Kupfer. Ah, das ist gut. Denn auch wie bei anderen Spielen werden Ressourcen benötigt, dass bestimmte Dinge gebaut werden können. So, dann sollten wir in der nächsten Runde gucken, dass wir dieses Territorium uns holen. Nächste Runde. Ja, seht ihr, er kommt jetzt auch runter. Also, wir könnten das jetzt bauen. Nein, wir brauchen 50 Influence Points. Aber er wird das gleiche Problem haben. Dann werden wir erst mal weiter erkunden, in der Hoffnung, dass wir weitere Tiere finden. Wir haben noch zwei Punkte. Dann gehen wir mal da hin. Oh, da ist Food. Da gehen wir in der nächsten Runde hin. Nächste Runde. So, da gehen wir mal hin. Ja, sehr schön. Ihr seht es hier, wir haben jetzt 15 Nahrung bekommen. Und wir haben jetzt eine weitere Einheit bekommen. Wir haben jetzt zwei hier drin. Sehr cool. Und wir haben diese Food-Besonderheit gefunden. Und wenn wir hier mal rangehen, das ist wirklich herzallerliebst gemacht. Also, die Grafik ist wirklich wunderschön. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin kein Freund von Blur als Interface. Aber die Grafik macht es echt teilweise wieder weg. Also, das ist wirklich schön gemacht, ganz ehrlich. Aber wir können noch zwei Felder weit gehen. Und wir sehen meine müden Augen hier unten. Lass uns mal in die Richtung mähen. Mal gucken, was da passiert. Gehen mal nach da. Wow. Okay. Hier wäre ein Mammut. Ei, 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 ei. Ah, da müssen wir mal gucken, ob wir das tatsächlich schaffen. Nächste Runde. Okay, das Mammut ist immer noch da. Ich würde sagen, wir versuchen das mal. Wenn es nicht klappt, wäre natürlich doof, aber das lässt sich da nicht ändern. Wir können einmal kurz in unsere Stadt gehen, beziehungsweise in unseren Außenposten. Und ihr könnt jetzt sehen, was wir hier machen können. Wir können jetzt eine Einheit bauen, im Prinzip. Also, wir können einfach Leute losschicken, ihnen Knüppel geben. Und wir können den Distrikt reallocation, das heißt einfach verlegen. Also, viel mehr könnt ihr im Moment auch nichts nicht machen, weil es ist im Prinzip ein Außenposten und eigentlich nicht mehr. Jetzt können wir uns natürlich überlegen, wir haben jetzt 18. Das bringt noch nichts. Wir müssten jetzt also eigentlich weiter erkunden. Aber wir könnten hier auch eine Menge Nahrung mitbekommen. Ah, das ist schwer. Nein, komm. Ich würde sagen, wir lassen das mal. Ich zeige euch das mit dem Kampfsystem anderes mal. Wir flüchten jetzt hier. Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir jetzt ein bisschen erkunden. Und hier ist auch was. Da müssen wir auch gleich hin. Da gibt es neue, neue Knowledge, also neues Wissen. Okay, nächste Runde. Dann gehen wir mal nach da. In der nächsten Runde. Und dann schauen wir mal, dass wir hier unten lang gehen. Da ist jetzt auch was aufgetaucht. Okay, dann gehen wir da auch noch hin. Nächste Runde. Ihr seht, auch die hier laufen hier rum. Und da fragt man sich natürlich, ja, ist ihr unser Gegner? Können wir da keine Grenzen schließen? Nein, das muss erst alles erforscht werden. Okay, new Knowledge. Sehr schön. Wir haben jetzt drei von zehn. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier runter. Und schauen mal, was wir hier finden. Ein bisschen Nahrung wäre gut. Dass wir hier weiterkommen. Ein paar Tiere. Einfache Tiere. Dass ich euch mal einen Kampf zeigen kann. Wir gehen mal hier durch. Wir sehen jetzt hier, das ist irgendwie so ein bisschen Graslandschaft oder sowas. Ja, wir versuchen mal hier hinten rum zu gehen. Und wenn wir keine Tiere finden, dann sammeln wir hier die, das Wissen mal ein. Nächste Runde. Okay, der Außenposten ist gewachsen. Verstanden. Wir sehen es hier, vier von fünf. Wir können mal hier drauf gehen. Und dann sehen wir auch das Management. Das blende ich mal aus. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Wir sehen hier zum Beispiel zwei von vier. Plus eins in sechs Runden. Hier sehen wir, being a plentiful population grows at the rate per peoples in the city. The more population in the city, the faster grows. Ist ja klar. Also je mehr Felder ihr habt und die bewirtschaftet werden, desto schneller geht es. In sechs Runden wären wir dann theoretisch im neuen Zeitalter. Deswegen gucken wir mal, ob wir hier, wenn wir hier weiter gehen. Ach, hier ist auch wieder so ein Mammut. Das ist jetzt natürlich schwierig. Wir können da hoch gehen. Ich möchte ungerne gegen die Mammuts kämpfen. Ich habe da auch mit zwei Einheiten ganz schlechte Erfahrungen gemacht, was das Gewinnen angeht. Und 15 von 20. Wir sind jetzt irgendwo lang gelaufen, wo wir etwas gewonnen haben. Sehr spannend. Nächste Runde. So. Jetzt haben wir hier, order your armies to complete its movement. Das heißt, wir müssen erst ziehen. Das habt ihr jetzt auch gesehen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Und gehen dann tatsächlich mal hier zurück. Nächste Runde. So. Und jetzt geht der auch da lang. Dann gehen wir mal da hoch. Oh, hier sind wir genau auf dem Berg. Und da ist eine Wissenskuriosität. Die holen wir uns. Und hier unten gibt es Nahrung. Ja. Da müssen wir hin. Da gehen wir hin. Das sind drei Runden. Und dann sollten wir in drei Runden den nächsten Burger haben. Und einen Ehreaufstieg haben. Sehr cool. Einmal da hin, bitte. Und ihr seht, hier unten kommt schon die nächste Einheit. Und wir sollten jetzt anfangen, das nächste Gebiet zu bekommen. Wir haben 52. Wir müssen jetzt also gucken, dass wir uns hier ein bisschen, dass wir uns hier ein bisschen ranhalten. Nächste Runde. Und jetzt gehen wir dahin. Ja. Sehr gut. Your Activations has been rewired with fame. Das heißt im Prinzip, wir sind großartig. Wir haben genug Fame-Punkte bekommen, weil wir einfach das Ziel erreicht haben. Verstanden. Das erkläre ich euch gleich alles. So. Jetzt haben wir hier noch eine Nachricht. Das ist die hier. A new, also ein neues Archivment ist verfügbar, weil wir das Ganze bekommen haben. Und gemacht haben. Sehr schön. Drei Einheiten. Dann können wir jetzt eigentlich zurückgehen. Und enter a new era. Wir sind in ein neues Zeitalter eingetreten. Und wir können jetzt unsere erste Kultur auswählen. Wir haben also bisher nichts anderes gemacht, außer einen Außenposten zu gründen und ein bisschen rumzulaufen und zu erkunden. Das, was die Leute damals im Prinzip auch gemacht haben. Und jetzt haben wir genug Punkte gesammelt, um in ein neues Zeitalter zu kommen. Ich zeige euch das nochmal. Das sieht so aus. Das ist im Prinzip der gleiche Screen, wie wenn ihr da drauf klickt. Und das ist im Prinzip die Kultur. Jetzt könnt ihr verschiedene Kulturen auswählen. Wenn ihr drauf klickt, seht ihr die Boni. Ihr seht, was ihr hier habt. Also ihr habt hier auch eine ganze Menge. Und wie ihr seht, auch so ein Icon, wozu das da ist. Und wenn ihr drauf klickt, dann seht ihr, die bekommen zum Beispiel zwei Stabilität. Das kennt ihr ja. Stabilität kennt ihr aus ZIF auch. Dann gibt es hier zum Beispiel ein bisschen Wissenschaft. Und dann gibt es hier eine Spezialeinheit. Die hat folgende Einheiten. Dann gibt es hier die Phenizia zum Beispiel. Die hätten bestimmte Einheiten. Und die Numidia haben diese Sachen. Und ganz wichtig ist jetzt aber, dass ihr das für diese Ära in eure Zivilisation holt. Und wir gucken mal weiter, was es noch so gibt. Die Mykinen, das sind ja eher so Krieger. Die haben Produktion und sind auch sehr stark. Die haben eine entsprechend gute Einheit hier. Pomatio-Einheit passt auch. Dann gibt es die Hittis. Die kann ich gerade tatsächlich geschichtlich nicht zuordnen. Aber ich würde tatsächlich Ägypter oder Babylonier. Lasst uns mal gucken, was sie die haben. Das ist zwei Food per Research on Science. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Babylonier. Das bringt uns zwei Science per Research Technology on Capital Unlocks Action Buyout on Empire. Und ein Gebäude, das bringt uns zwei Food per Research. Also per Einheit, also Bevölkerungseinheit, die da drin sind. Und zwei Science per Adjustment Farmer's Quarter. Sehen wir aber alles noch. Eine Spezialeinheit. Sabu-Zakwasti. Und ich würde sagen, das nehmen wir jetzt. Und damit haben wir im Prinzip, wir müssen das nochmal bestätigen, jetzt unsere erste Kultur. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind jetzt in ein neues Zeitaltergang. Wenn wir hier reingehen, dann sehen wir, das ist noch nicht da. Aber in der nächsten Runde sehen wir das nächste Runde. Ah, die Herausforderungen einer jüngeren Zivilisation. Es ist schwer zu halten mit den Nachbarn, wenn sie die Runde haben, und du nicht. Die Menschheit lernt schnell schnell, dass alle Menschen contribuiden. Wenn du faszinierst von wilden Tiere, kannst du füllen oder füllen füllen. Tribes zentralen die Stadt. Die Stadt entwickeln Markt, und Markt beginnt die Exchange von Götz, Servizen, sind die wichtigsten Runde und Hörsäge. Das heißt, wir gehen jetzt in das erste Zeitalter als Babylonier. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Gut, und wir haben jetzt ein paar neue Sachen hier. Ich schalte jetzt die Grids mal wieder an. Wir gehen jetzt mal langsam hier rein, und das gucken wir uns jetzt mal an. Also, zum einen hat sich unsere Stadt hier ein bisschen verändert, und das Ganze hier, wir gehen das jetzt mal wieder vereinzelt durch. Also, in den Empire Screen gegangen, seht ihr, wir haben jetzt 20 Fame Points. Wir sehen hier, oder ich sehe hier noch nicht, was wir jetzt wirklich zum Gewinn brauchen. Vielleicht kommt das später. Hier seht ihr, was ihr bekommt. Und erst mal Stückchen für Stückchen. Wir brauchen jetzt sieben Sterne, das seht ihr hier oben zum Gewinn. Wenn ihr das Ziel hier erreicht habt, bekommt ihr ein Stern. Bronze, Silber und Gold. Das wären zum Beispiel 300 Influenzpunkte. Also, das ist quasi so ein bisschen Kultur, Einfluss, Kultur. Einfach Geld. Dann gibt es hier 5 Territorien. Das sollten wir uns auf jeden Fall als erstes holen. Dann gibt es hier Builder Stars, dass wir 6 Distrikte gebaut haben. Und 10 Populations, also Einheiten. Und, was ist das? Military Stars, 6 Militäreinheiten. Dafür kriegen wir Punkte. Und 6 Militärheiten geben einen Punkt. Und, ne, zum Beispiel 5 Territorien, noch einen. Da können wir dann nochmal wieder rausgehen. Und als nächstes haben wir diesen Scientist hier bekommen. Das können wir aktivieren. Allerdings nicht Cannot be done as you need to select a city first. Also, wir müssen das natürlich in einer Stadt machen. Und da können wir, wir sehen es hier, Industrie und Geld in Wissenschaft konvertieren. Das ist vielleicht mal ganz praktisch. Apropos Wissenschaft. Das sehen wir hier unten. Kommen wir gleich zu. Aber hier oben sehen wir jetzt, wir brauchen Geld. Money, money, money. Wir bekommen aktuell 0. Und Geld ist im Prinzip auch wie bei Civilization. Wir kriegen das durch die Felder, durch die Produktion in der Stadt. Und hier sehen wir zum Beispiel auch die Ressourcen, die wir haben. In dieser Bronzezeit, in der wir uns jetzt befinden, bräuchten wir Pferde und Bronze. Das heißt, das ist schon mal doof, weil er hier oben hat Bronze, wir nicht. Wir müssen jetzt also ganz dringend neue Einheiten bauen und Territorien einnehmen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das müssen wir jetzt machen. Und jetzt sind wir schon beim ersten Problem. Wir gehen mal auf unsere Stadt. Stadtübersicht hättet ihr theoretisch auch hier unseren Außenposten, den ihr hier eigentlich auch anwählen könnt. Oder auch hier, je nachdem. Und jetzt sehen wir schon, wir müssen jetzt als erstes oder sollten als erstes eine Stadt machen. Das bringt uns Geld, das bringt uns Fortification, das heißt Verteidigung, Industry, Money und so weiter und so weiter und so weiter. Und das dauert jetzt tatsächlich null Runden. Hey, Glückwunsch, das war's schon, cool. Und, also normalerweise dauert das länger. Und das bringt uns dazu, dass wir uns das auch nochmal angucken, was hier passiert. Ihr habt hier vier Ressourcen, Essen, Industriepunkte, Geld und Wissenschaft. Die werden generiert durch diese Populationen, die ihr entsprechend hier hin und her wechseln könnt. Das seht ihr. Und wenn wir zum Beispiel Industrie hier her wechseln, wir geben es Geld, Wissenschaft oder Food. Es ist aber, zumindest habe ich das noch nicht so gefunden, nicht so, dass ihr das frei wählen könnt, wo ihr ihn hinpackt. Vielleicht kommt das in späteren Zeitaltern mit den Gebäuden und Freischaltungen, zumindest in diesem, in der Bronzezeit, die hier abgebildet wird, ist das nicht so. Was wir jetzt hier machen können, an dieser Seite, ist unsere Stadt. So, übrigens eine Kleinigkeit. Wir haben hier noch die Balance, die wir verändern können. City Growth oder Economy. Dann werden die in Sachen hier entsprechend auch verschoben. Wir sehen hier die aktuellen Kultureinfluss und so weiter. Das ist ganz wichtig, Stabilität in einer Stadt. Jede Stadt hat Stabilität und die Stabilität ist natürlich auch direkt oder hat einen direkten Einfluss auf die Stadt. Und ihr seht es hier, wo steht es, wo steht es, ganz unten. Ich kann das leider mit der Maus nicht zeigen. 50% Stabilität ist der Basiswelt und da gibt es verschiedene Sachen, die da oben drauf kommen. 25% kommen wir einfach irgendwo her. Und Stabilität führt irgendwann oder kann dazu führen, dass eure Leute unzufrieden werden und rebellieren. Und das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Dann gibt es hier, das hatten wir eben gerade schon, das Wachstum der Stadt. In der rechten Seite gibt es entsprechend die Bauschlange, die wir hier einstellen können und die Sachen, die wir bauen können. Als letztes sehen wir, haben wir gebaut eine Stadt. So, ich würde tatsächlich jetzt eine Einheit bauen, dauert zwei Runden. Eine Population brauchen wir dafür. Wir haben zwei von acht. Das machen wir mal. Das finde ich nämlich tatsächlich doch relativ wichtig. Wir könnten sie mit 69 Money kaufen oder Gold. Das haben wir aktuell aber leider nicht. Hier sehen wir Distrikte. Distrikte sind jetzt Gebäude, die wir ähnlich wie bei Ziv bauen können. In der oder neben der Stadt aktuell. Und ihr seht zum Beispiel auch, ich zeige das mal bei allen dreien. Das wäre Astronomy House. Also dieses Astronomie House, was wir bei den Babyloniern haben. Das könnten wir zum Beispiel hier bauen. Hier würden wir drei Nahrung bekommen von dem angrenzenden Feld links. Hier würden wir drei Nahrung bekommen von den Feldern. Und hier zwei Nahrung vernichten und eine Nahrung generieren. Wenn wir das da bauen. Dann hätten wir das Farmer Quarter. Hier würden wir eine Nahrung durch das Farmen bekommen und eine zusätzliche. Hier seht ihr das. Hier würden wir auch eine weitere Nahrung bekommen. Allerdings drei Wissenschaften vernichten. Wäre doof. Also könnte man sich jetzt überlegen, danach eventuell das hier zu bauen. Das vernichtet die Wissenschaft nicht. Na. Sondern generiert hier drei Nahrung. Eine weniger. Finde ich ganz cool. Werden wir in die Bauschlange mal einreihen. So. Und dann könnten wir hier noch, entschuldigt bitte, könnten wir hier noch weitere Gebäude sehen. Public Ceremonies zum Beispiel gibt es hier auch. Aber so weit sind wir noch nicht. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Okay. Dann gucken wir uns die Sachen hier unten an. Das ist einmal der Progress für Technology. Und auch hier gibt es die klassischen Technologien. Wir gehen mal in den Technologiescreen. Und ihr seht, wie groß der ist bei den Äras, die wir jetzt schon haben. Die Ära 4. Vielleicht werden wir die in den sieben Teilen sehen. Ich weiß es nicht. Wäre zum Beispiel Gunpower, Warfare. Also im Prinzip Schießpulvereinheiten und Artillerie und Supply Lines. Ihr seht es hier. Weizensilos und solche Sachen. Flinten sehen wir hier. Musketiere. Also schon. Das kann schon sehr weit gehen. Aber wir müssen uns jetzt am Anfang erstmal für eine Sache entscheiden. Und wir können mal gucken. Hiermit könnten wir jetzt Steinbrüche bauen und eine Granary. Animal Barns. Hiermit könnten wir Pferde abbauen, die wir nicht haben. Bringt uns also nichts. City Defense wäre vielleicht interessant. Archers. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen mal auf die Archers, dass wir da was bauen können. Und dann sehen wir hier die Politik. Den Politikeinfluss aktuell. Eure Empire Stabilität und den Einfluss der Politik. Aktuell gibt es kein weiteres Empire. Das wurde noch nicht gegründet. Die sind noch nicht so weit. Deswegen können wir uns das beim nächsten Mal besser angucken. Wenn es hier wirklich ein richtiges Empire gibt. Und nicht nur ein Barbarenstamm im Prinzip. Okay. Viel geredet. Nächste Runde. So. Culture Choosen. Von irgendwem. Können wir das sehen? Ne. Also irgendwer hat sich hier was ausgesucht. Das können wir so hier allerdings auch nicht sehen. Okay. Dann gibt es noch eine weitere. The City is no longer growing. Ja. Ihr seht es. Deswegen bauen wir hier unter anderem auch das Ding. Wir haben uns ja hier für einen Bereich ausgesucht, der von der Produktion sehr stark ist. Leider Gottes ist die Stadt nicht länger oder sie wächst jetzt nicht mehr. Culture Choosen. Das hatten wir bereits. Dann haben wir hier unten die Einheit. Und ich würde sie tatsächlich gerne. Jetzt zoomen wir mal raus. Das ist ein Gebiet. Dann. Oh. Hier gibst du auch schon einen. Dann müssen wir ihn unbedingt nach hier ziehen. damit wir hier dieses Gebiet für uns beanspruchen. Das machen wir aber erst. Obwohl das können wir eigentlich schon in dieser Runde machen. Das ist die Frage, wo wir das bauen. Wir könnten es hier im Delta machen. Da hätten wir natürlich gut Nahrung. Das ist hier. 12, 9, 3. 11, 6, 3. 12, 9, 3. Das ist doch eine super Position. Da bauen wir das hin. Perfekt. Nächste Runde. Unit Selection. Okay. Ihr seht es hier. Mit weiteren Technologien kann das hier wachsen. Alles klar. Die Babylonia Population Gain. More People, more Power. Okay. Sehr schön. Bei wie viel sind wir jetzt? Zwei. Okay. Ich sehe jetzt hier nicht, dass hier einer produziert wurde. Aber okay. Gut. Wenn er das sagt, dann wird das schon so sein. Dann gehen wir mal da hin. Und dann werden wir jetzt mal dieses Territorium für uns. Für uns beanspruchen. Sehr schön. Nächste Runde. Und wir haben unsere erste Technologie erforscht. Den Archer. Und die Möglichkeit Holzfäller zu bauen. Und wir können Holz jetzt abholzen. Sehr schön. Mein Glückwunsch. Und a matter of diplomatie. As a civilization of similar status to your own empire, this newcomer is likely to be an ally or irgendwas anderes. Das heißt, wir können jetzt Diplomatie machen. Das sehen wir hier oben. Und das sollten wir echt mal machen. Das ist er hier. Er hat uns im Prinzip einfach gerade gesagt, dass wir uns jetzt um unsere Diplomatie kümmern können und auch vor allen Dingen sollten. Aber bevor wir das machen, ziehen wir die Einheit mal da unten hin. Damit wir dieses Territorium gleich für uns beanspruchen können. Dann gehen wir mal hier drauf. Dann zeige ich euch nochmal die Diplomatie. Auch ein sehr innovatives Konzept, wie ich finde. Und dann können wir uns gleich mal den Teil auch angucken. So. Hier oben auf die Diplomatie geklickt. Und a relation tab. A relation tab of the Diplomatie screen gives you an overview of your relationships with others' empires. Okay. Wir sehen jetzt hier, wie die vor allen Dingen zu uns stehen. 50 von 100. 50 von 100. Das ist so mittelmäßig, wie sie uns mögen. Wir sehen hier so ein paar Informationen. Strength. Ein paar Informationen dazu. Wie viele Fame Points er schon hat. 20. Beide. Also ungefähr gleich auf. Wir könnten jetzt sagen, introduce yourself. Okay. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, in diesen vier Bereichen was zu machen. Einmal Trade. Da könnten wir was handeln. Wir haben nichts zum Handeln. Also macht das keinen Sinn. Und Verträge. Das ist eine sehr interessante Sache. Es gibt hier im Prinzip aktuell vier Verträge. Und die können wir verbessern und verschlechtern. Aktuell bietet er uns an von Forbid New Trades, das heißt Handel verbieten, zu Only Trade Luxuries, also Luxusressourcen. Die würden dann hier auftauchen, dass wir diese handeln. Oder wir könnten auch alles handeln. Genauso sieht es hier aus. No Sharing Information, Reveal Capital oder Share Maps, Open Borders, kein Aggress, also ein Nicht-Angriffsabkommen. Das könnten wir alles machen. Und hier würden dann zum Beispiel Krisen auftauchen, wenn, keine Ahnung, irgendwas passiert. Das sehen wir im Verlaufe noch. Wir gehen mal auf Accept. Ich denke, Trade, wir haben nichts. Vielleicht hat er ja was akzeptiert. Und damit haben wir, Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen reden. Und damit haben wir unsere erste Diplomatie gemacht. Ja, sehr gut. Klappt sehr gut. Und ja, er läuft jetzt hier rum. Da sollten wir uns schleunigst und tunigst von fern halten. Und mit den drei Einheiten würde ich jetzt tatsächlich gerne nochmal, hier gibt es jetzt noch was. Nö, eigentlich nicht. Mit der Einheit würde ich gucken, dass wir, wir haben noch vier Punkte, uns jetzt echt irgendwann mal eine feindliche Einheit schnappen. Beziehungsweise Einheit nicht. Ah, schaut mal, hier unten kommt schon der nächste. Das heißt, wir müssen uns echt ranhalten mit den Territorien. Und hier ist einer. Das heißt, wir gehen mit dir hier lang und mit dir in die Richtung da unten. Sehr schön. Dann wählen wir mal eine neue Forschung aus. Und ich würde sagen, Fishing brauchen wir aktuell nicht. Was bringt das hier? Watchtower. Industrie und Mountains und Stonefields. Ja, ich glaube, das ist wichtig hier für die Stadt. Dann machen wir das mal. So, jetzt sehen wir hier auch, wir haben jetzt hier unten einen sehr starken kulturellen Einfluss, weil wir natürlich hier selbst noch nichts gebaut haben. Und hier ist ihre Hauptstadt. Das heißt, von diesem Territorium, na, kommt das Pop-up noch? Ne, kommt aktuell nicht. Sind nur 33% Einfluss oder Kultur, politische Stabilität, wie auch immer ihr es nennen wollt, gehören wirklich zu uns. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall verbessern. Nächste Runde. Ah, da ist das Mammut. Da müssen wir hin. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung. Da wollten wir so hin. Und hier ist ein Animal Lair. Das könnten wir plündern. Wird es Nahrung geben. Und, ja, nächste Runde wird es hoffentlich klappen. So, dann sollten wir hier hoffentlich ein Außenposten bauen können. Das kostet 40. Sehr schön. Und jetzt müssen wir echt mal gucken, wo wir... Das ist ein guter Punkt. Ja. 10 und 12. Allerdings keine Wissenschaft. Aber das ist mir egal. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz toller Punkt. Das nehmen wir. Okay. Tja. Haben wir alles gemacht. Wir gucken nochmal hier in die Stadt. Hier wird gerade das Astronomiehaus gebaut. Da können wir jetzt nicht allzu viel machen. Aber wir könnten das hier machen. Brauchen wir aber jetzt gerade auch nicht. Wir wollen eigentlich ja nochmal einen Kampf sehen. Nächste Runde. Ja, okay. Hier kann er jetzt erstmal nicht weiter. Dann lassen wir ihn da stehen. Eine Idol Army. Ja, komm. Überspringen wir die Runde. Und nächste Runde. So, die ziehen hier weg. Ach, er stellt sich genau dahin, wo wir hin wollten. Ach, schaut euch das an. Hier hat sich dieser Grüne jetzt oben ausgeweitet. Das ist ja ein Sackgeseh. Entschuldigt bitte. Das ist ja ein Vogel. Und hier kam jetzt tatsächlich der Braune. Ah, unglaublich. Eine Runde vor uns. Mist, 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 Mist. Das ist natürlich nicht gut. Da müssen wir uns in die Richtung ausbreiten. Bringt nichts. Das heißt, wir werden uns als allererstes direkt dieses Territorium hier holen. Zehn und fünf. Ja, wir werden das direkt dahin setzen. Und das für uns beanspruchen. Das heißt, wir gehen mit unserem Empire in die Richtung weiter. Nächste Runde. Übrigens, wir spielen auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Und ich habe bereits festgestellt, dass das hier ziemlich gut ist. Also die KI ist ziemlich gut. Und jetzt haben wir hier unten unsere erste kleine Begegnung. Und das sieht auch überhaupt nicht gut aus. Eieieiei. Mit so einer kleinen Army. Mit einem Scout. Ja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen sollten. Also ich glaube, Militär zeige ich euch dann vielleicht in der nächsten Folge. Gehen wir mal einfach stumpf weiter. Es ist mir dann doch zu unsicher. Du kannst dann auch weitergehen. Genau. Ich würde sagen... Ach, guckt euch das an. Hier unten ist auch schon ein roter. Eieieiei. Da sind wir jetzt ziemlich spät dran. Wir haben jetzt eins, zwei, drei Territorien. Und die beiden holen wir uns auch noch. Dann werden wir das erst mal in eine City umbauen. Das dauert jetzt knapp zehn Runden. In einer Runde ist der Außenposten hier fertig. Das ist natürlich doof. Jetzt haben wir hier genau an der Grenze gebaut. Ha, schwierig, schwierig, schwierig. Nicht unbedingt die beste Entscheidung. Wir hätten hier schneller sein müssen. Das ist sehr ärgerlich, muss ich sagen. Dass die uns hier diesen direkten Bereich abgeschnitten haben. Dass wir hier so einen Bogen jetzt zwischen den Städten haben. Okay. Empire Foundation. New Civil is unlocked. Okay. The game context and your actions will something align up and unlock the conditions for a new civic. Show details. So, das heißt, das sind jetzt im Prinzip von Founding-Mythen, also bestimmte Mythen und Sagen, die ihr im Prinzip machen müsst. Ihr könnt jetzt hier auswählen zwischen Natural Rights und Divine Mandate. Und ihr seht hier im Prinzip, wo es hingeht. Wir sehen hier, das würde uns Influence und Main Plaza bringen oder hier Face of the Holy Site. Es gibt also auch Religionen. Wir sehen es hier so ein bisschen angedeutet. Ich würde sagen, wir nehmen die Influence-Punkte. Das brauchen wir für unsere Sachen. Und wir lesen uns das auch immer durch. Once you spend your civic points. Die kriegen wir zum Beispiel, ja. You can increase the number by maintaining good stability in your empire. Dann wirklich kriegen wir die. Und you can spend your civic points. You have to wait until you accrue more. Klar, ist logisch. Civic points are gained over time. Mit der Empires Stabilität. Und dann können wir uns hier diese verschiedenen Sachen auswählen. Und you can also find your civic points status in the society panel. Das wäre dann hier entsprechend. Okay, verstanden. Wir hätten, wir haben keine Punkte mehr. Wir könnten uns das, wenn wir Punkte hätten, auch die Legitimation aussuchen. Und dann würden wir hier weitergehen. Also es ist vielleicht, es sind jetzt nicht, das waren jetzt hier ein Mythos, den wir gefunden haben. Es ist jetzt eher, ja, Zivilisationseigenschaften könnt ihr das nennen. Die euch dann vielleicht einzigartig machen. Der eine hätte sich vielleicht eher für die Holy Side entschieden. Also für Glauben an die Religion. Und wir haben uns dafür entschieden. Und so könnt ihr das dann im Prinzip machen. Das heißt, ihr habt eine besonders gute Stabilität. Die begibt euch einen Zivilisationspunkt. Und dann könnt ihr hier bestimmte Zivilisationseigenschaften. Zum Beispiel Spending on Investment oder in dem Fall on Politics oder hier on Warfare und so weiter. Könnt ihr dann eure Zivilisation verbessern und einzigartige Elemente hinzufügen und freischalten. Also ein sehr cooles Prinzip, muss ich sagen. Das heißt auch, dass ihr im Gegensatz zu Zivilisation dort Eigenschaften hinzufügen könnt, die ihr beim Leader in Zivilisation von vornherein seht. Diese Sachen könnt ihr hier im Prinzip alle so auswählen, wie ihr das wollt. Extrem cool gemacht, muss ich wirklich sagen. Hier seht ihr dann auch die Influence Points, wo sie herkommen und wie sie berechnet werden. Within the Society Panel, you can see your Influence Points. This resource can be increased by some of your Empire Bonus or generated by elements such as a District of Wonders. Das ist bei anderen Spielen ja ähnlich. Das können wir damit bauen und on the map, das sehen wir hier. You can check how much Empire's Influence Points spread around the world. Das sehen wir zum Beispiel hier unten in dem Territorium. Das ist aktuell von den Einflusspunkten her gesehen sehr gut aufgeteilt. Jeder ungefähr ein Drittel. Das ist gut für uns. Und das hier zum Beispiel hat sehr viele Einflusspunkte von uns. Deswegen hatte ich gehofft, dass wir das bekommen. Was das aktuell für Auswirkungen hat, kann ich euch noch nicht sagen. Soweit bin ich auch im Spiel noch nicht gekommen. Aber ich denke, dass das starke Auswirkungen haben wird. Denkt daran, dass es auch dazu kommen kann, dass diese Stadt irgendwann rebelliert. Das wäre jetzt das, was mir einfällt, weil der Einfluss von uns einfach zu stark ist. Wir können uns hier nochmal die Civics angucken, aber das hatten wir gerade schon gesehen. Reinkommen tut ihr, indem ihr jetzt hier unten drauf geht, die Civic-Punkte. Und jetzt macht das Ding auch erst richtig Sinn. Das heißt, wir sehen hier, wie wir unsere Punkte bekommen. Wir sehen hier zum Beispiel, ja, plus 10% City-Output und 10% Money. Und wenn wir das weiter verbessern, dann würden wir hier beispielsweise, dann sehen wir hier, in welche Richtung das geht. Ja, plus 15% Money, plus 15% Money. Je nachdem, in welche Richtung wir das entwickeln. So. Dann würde ich sagen, eine Runde machen wir noch. Idle City, alles klar. Ja, das heißt, hier müssen wir jetzt was bauen. So, wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass die Stadt weiter wächst. Das finde ich gut. Infrastructure, das bringt uns mehr Produktion. Wir sollten auf jeden Fall nochmal in Nahrung investieren. Das bringt uns hier plus eine Nahrung. Hier sogar plus 3, dann bauen wir das dahin. Und so seht ihr, könnt ihr die Städte über die Distrikte jetzt erweitern. Also wirklich ein extrem cooles Feature. Okay. Nächste Runde. Okay, wir haben vergessen, unser Einer zu ziehen. Das machen wir noch nach dort, bitte. Wir sind nicht at war, nein, nein, nein. So, wie sieht es hier aus? Die wurde schon gezogen. Nächste Runde. Die nächste Technologie ist fertig. Wir können jetzt Watchtowers bauen. Wir können Stoneworks machen. Und Pottery Workshops. Der bringt uns zum Beispiel Industrie und Mountains. Deswegen hat man das gemacht. Da oben Watchtowers. Rückblickend brauchen wir jetzt auch. War also so gesehen gar keine schlechte Entscheidung. Und das bringt uns Influenzpunkte. Könnten wir auch gebrauchen. Okay, ein Empire hat eine Kultur ausgesucht. Das heißt, ein weiteres Empire ist entstanden. Sehr interessant. Und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge, die morgen kommt. Also macht's gut bis dahin. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.